Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem neuen Reservationsvideo mit mir. Heute geht es um diesen Lilien-Schlüssel-Griff. Das ist ja noch kein ganzer Lilien-Schlüssel, aber dazu kommen wir gleich. Den habe ich vor zwei, drei Monaten auf einem Acker gefunden gehabt. Das Video dazu blende ich euch gleich da oben ein oder ich werde unten den Namen zu dem Video benennen. Dann könnt ihr in meiner Videodatei dann nachgucken und euch mal das Video dazu ansehen. Jetzt machen wir den Schlüsselgriff ein bisschen schick. Das heißt, wir werden die restlichen Schmutzanhaftungen unter meinem Stereoskop reinigen. Das nehme ich euch mit, aber das werden wir alles im Schnelldurchgang oder im Schnellvorlauf machen. Ihr müsst da nicht zwingend in Live-Zeit dabei sein. Das würde auch den Rahmen sprengen. Und wenn wir das Ganze dann haben, möchte ich euch mal zeigen, wie man so einen Schlüssel komplettieren kann. So, dass er dann hinter komplett fertig ist. Das heißt, mit dem Bart, dem Halm, also der Halm ist vorne oder hier, ich sag jetzt mal die Schlüsselstange, dann den Bart. Dies hier vorne ist das Gesenk und der Griff nennt sich im Fachjargon Reite. So, und wir werden jetzt hinter ergänzen, den Bart und den Halm. Ich werde euch gleich mal zeigen, was man dazu alles braucht. Aber vorab möchte ich meinen Sponsor, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Danke Jochen, dass mir auch bei den Restaurationsvideos zur Seite steht. Ja, dann möchte ich all meinen Abonnenten mal ein Dankeschön sagen. Ich finde es toll, dass ihr immer noch so viel Interesse an meinen Videos habt. Und ja, ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass ihr das immer so regelmäßig anschaut. So, ja, jetzt fangen wir mal an. Aber erst, ja, wie gesagt, mein Intro. Also, dann bis gleich. So, jetzt können wir anfangen. Also, wir werden als allererstes diesen, oder ich sag mal, diese Reite, für alle anderen, diesen Liliengriff, Ornamentgriff reinigen. Das heißt, ich werde das unter dem Stereoskop machen. So, das machen wir aber im Schnelldurchgang und wenn es dann fertig ist, geht es dann hinter ans Eingemachte. Danach werde ich euch all die Teile vorstellen, die man dazu braucht. Wenn ihr natürlich so einen Liliengriff habt, könnt ihr das nachmachen. Ich werde euch sagen, was ihr auch für Materialien dazu braucht. Es kann sein, dass ihr dieselben habt, wie ich jetzt gerade zur Hand. Oder ihr könnt euch, und das werde ich euch sagen, was ihr dann noch zu verwenden könnt, nehmen. Aber das machen wir dann hinterher. Also, ich werde jetzt die Kamera auf diesen Griff runterschalten und das Ganze geht dann ab. Jetzt im Schnelldurchgang. Also, dann bis gleich. So, jetzt werde ich ganz kurz den Schlüssel unter dem Wasserkran nochmal abreiben. Aber dazu halte ich das Video jetzt erstmal hier an der Stelle an und hole euch gleich wieder mit dazu. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Schlüssel jetzt mal gerade unter fließendem Wasser sauber gemacht. Es sind noch ein paar Dreckanhaftungen bestimmt da dran. Aber zuvor werde ich jetzt hier vorne, wo der Halm reingehört, in das Gesenk erstmal so weit wie es geht freilegen. Und da erkläre ich euch, was wir auch dann noch machen werden. Also, ab jetzt wieder den Schnellvorder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe, soweit es geht, das Gesenk gereinigt. Ich werde jetzt nochmal unter fließendem Wasser alles sauber machen. Dann nochmal durchgucken. Und wenn ich dann so weit bin, hole ich euch wieder mit dazu. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt unter fließendem Wasser nochmal gesäubert. Ich schaue mir das Ganze nochmal an. Ihr könnt da mit zugucken, ob jetzt alles soweit sauber ist. Ich würde mal sagen, ja. Also, es ist gut sauber. Jetzt werden wir es trocknen und konservieren. Zum konservieren werde ich mein Restaurationswachs wieder nehmen. Wer es noch nicht kennt, das könnt ihr bei mir bestellen. Ich stelle solche Wachse selber her. Das ist ein spezielles Bronzewachs, was auch Restauratoren und viele Museen benutzen. Und damit werde ich erstmal den, ja, die Reite oder wie gesagt, die Handhabe, kann man sagen, Handhabe ist vielmehr bei einem Petsch schafft. Den Schlüsselgeriff, den Dienengeriff versiegeln. Und danach werde ich euch erklären, was wir danach weitermachen. Ihr seid jetzt mit dabei. Das Ganze geht wieder auf Schnelldurchlauf. Ihr könnt das sehen. Ihr seht auch so, es ist ein ziemlich dunkles Grün. Also, mein Wachs verfälscht auch nicht die Farben. Das werdet ihr hintersehen an den hellen Stellen, die hier noch drin sind, dass das so bleibt. Okay, ich werde das jetzt mit meinem Föhn erhitzen oder trocknen und dann werde ich das Wachs benutzen. Okay, dann bis gleich. So, ihr seht ja, es ist nicht heiß. Mein Föhn, der macht nicht heiß. Das könntet ihr ja nicht anpacken. So, jetzt werden wir das Ganze gut und gerne mal eine Stunde trocknen lassen und dann hole ich euch zum Polieren wieder mit dazu. Ja, zum Polieren wieder mit dazu und danach erkläre ich euch, wie es dann weitergeht. Alles klar. Ich räume dann schon mal in der Zwischenzeit auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt eine Stunde vergehen lassen oder ich habe jetzt das Wachs trocknen lassen. Und jetzt polieren wir das Ganze und dann zeige ich euch den Schlüssel und dann kommen wir auf das Wesentliche. Was wir diesmal in dem Video oder was ich euch diesmal in dem Video zeige, wie ihr diesen wieder komplettieren könnt. Und wenn ihr selber so einen habt, könnt ihr das Ganze dann hinterher nachmachen. Ich sage vorab, es ist nicht dafür gedacht, irgendwelche Sachen zu fälschen. Obwohl, ja, wie soll ich jetzt sagen, es sollte keiner einen anderen bescheißen damit. Gut, viele werden jetzt sagen, warum macht er das und lässt den Schlüssel nicht so. Also, ich habe mehr, ja, hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber ich habe bestimmt schon über 100 Stück von diesen Schlüsselgriffen gefunden. Und, ja, ich möchte euch jetzt eben einmal zeigen an dem Stück, an dem aktuellen Stück, was ich, wie gesagt, vor kurzem gefunden habe, wie man den wieder euch geschickt machen kann. Und vor allem, es fällt hinter keinem auf, dass es gemacht worden ist, wenn ihr euch daran haltet, wie ich es mache. Also, wir fangen jetzt an. Beim Polieren ist wieder der Schnellvorlauf. Also, bis gleich. So. Der Schlüssel ist jetzt, oder die Reite ist jetzt fertig poliert. Jetzt könnt ihr mal gucken, wie schön das Ganze aussieht. Vielleicht kann man das ja, die Patina ist jetzt spiegelglatt oben drauf. Und vor allem, ihr habt eben ja gesehen, ja, ich hatte ja schon Bronzefraß an manchen Stellen, das ist leider auf dem Acker so durch den Dünger. Aber ansonsten ist das perfekt. Ich habe ihn nur nicht innen drin gemacht, weil, da kommen wir gleich zu. Aber sonst von außen ist er eigentlich perfekt. Hat ein schönes dunkles Moosgrün. Und wie gesagt, die hellen Stellen, die er drin hat, die sind geblieben. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann in dem Video. Könnt ihr mir aber glauben. Also, das Wachs vererfälscht nicht die Patina. Das ist wirklich schön. Man kann das schön anpacken. Vor allem ist es, ich sag mal, für die Ewigkeit jetzt konserviert. Solange das natürlich nirgends wohin liegt, wo es heiß ist. Aber das nennt man dann eine vernünftige Konvorrier. So. Wir tun das mal jetzt hier wegräumen ganz kurz. Und dann kommen wir zu dem Wesentlichen. So. Tja. Wie gesagt, das ist keine Anleitung zum Fälschen. Das ist eigentlich nur dafür da, dass ihr mal Sachen restaurieren könnt. Und für euch ergänzen könnt, dass ihr mal was habt. Ja. Mal ein intaktes Stück. Weil, wie gesagt, zu 90% oder 95% findet ihr nur die oberen Griffe. Weil meistens das Eisen, was hier als Halm und Bart ist, wegrottet. Es gibt diese natürlich auch in Vollbronze. Die sind natürlich... Ich hab natürlich auch welche gehabt mit Bronze. Aber die sind heute leider nicht mehr in meinem Besitz. Die haben den Besitzer gewechselt. Und ja. Die paar, die ich noch hab, die haben einen Eisenhalm und ein Eisenbad. Ja. Eine Restauration dazu. Oder Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. In der Facebook-Gruppe sind die, glaube ich, noch da. Ansonsten, glaube ich, auf meine Homepage unter Restaurationen. Da seht ihr diesen Schlüssel. Den habe ich komplett mit dem Eisen, wie gesagt, mit dem Halm und Bart freigelegt. Nur, der ist heute kaputt, weil ich hatte hier eine Schatzsucherzeitschrift und eine Reporterin davon hier gehabt. Die hat den Schlüssel, ja, fotografieren wollen. Hat ihn hochgehoben und dann natürlich von ca. anderthalb Meter auf den Boden fallen lassen. Das war das natürlich dann für den Schlüssel gewesen. Das ist natürlich kaputt. Aber nicht desto trotz, ich hab ja noch ein paar davon und ja, ist im Halb passiert. Kann jedem passieren. So. Wie gesagt, wir fangen an. Ihr braucht natürlich, wie gesagt, so einen Schlüsselgriff. Ob der jetzt so aussieht wie dieser oder ein anderer. Auf jeden Fall braucht der einen Schlüsselgriff und das ganze Thema. So. Und jetzt kommen wir mal dazu, was ihr alles braucht. Also benötigt wird Sekundenkleber. Ganz wichtig. Den brauchen wir gleich. Dann braucht ihr etwas Teserkrepp. Dann eine Schere. Eine Säge. Eine Zange. Verschiedene Feilengrößen. Am besten auch eine kleine Schlüsselfeile als Vierkant. Und ja, wie ihr habt, wie gesagt, Feilen. Dann braucht ihr Schmuggelpapier. In der Körnung 150. Wenn ihr das durch habt, so einen Gasbrenner. Dann etwas Lötzinn. Dann einen Bleistichtspitzer und einen Bleistift, um den Bleistift natürlich anzuspitzen. Das brauchen wir es da haben, auf jeden Fall. einen Rechten Winkel. Einen Anschlagswinkel. Einen Anschlagswinkel. Dann ein grobes Sieb. Eine Schieblehre. Gut wäre eine elektronische, wenn nicht eine normale. Spielt keine Rolle. Hauptsache ihr habt eine Schieblehre hinterher zu messen. Ein paar Einweghandschuhe. Und jetzt das Wichtigste. Ihr braucht einen Rundstahl. Ihr könnt auch eine Schraube nehmen. Ich hatte jetzt hier, das ist ein Ikea-Imbusschlüssel gewesen. Der schon rund, also was heißt rund ohne Gewinde ist. Wo ich nicht viel dran arbeiten muss. Ich erkläre euch auch gleich, was wir damit machen. Und ein Stückchen Blech oder eine kleine Eisenplatte. Warum Eisen? Ja, ihr wollt es ja so authentisch machen, wie ihr könnt. Und wenn einer jetzt euer Werk hinter begutachten will und sagt, ja lass mich mal gucken, ist das überhaupt Eisen, was da drin ist. Dann wird er einen Magneten nehmen. Ich habe jetzt keinen anderen Magneten. Ich habe hier meine Stablampe mit dem Magneten dran. Und da könnt ihr ja sehen, das ist magnetisch. Ja? So, das ist wichtig. Man kann das Ganze natürlich auch. Ihr könnt das Ganze aus Holz machen und das Ganze aus Kunststoff machen. Das spielt hinterher keine Rolle. Das sieht hinterher kein Mensch mehr. Aber dazu kommen wir hinterher. Aber dazu kommen wir hinterher. Was er natürlich auch braucht, ist hinterher einen Moment. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig. Meine Silberpatina. Ich habe jetzt hier keinen Aufkleber. Ich habe jetzt hier keinen Aufkleber. Das sind noch meine alten Dosen, die ich hier unten habe. Ihr braucht die Silberpatina nachher noch dazu. Das Ganze, wie ihr sagt, müsst ihr dann hinterher. Aber wie ihr sagt, da kommen wir hinterher zum Schluss, was wir damit machen. Das geht ja Stück für Stück. So, das müsst ihr euch auf jeden Fall besorgen. Ihr könnt das Video jetzt ganz langsam machen und seht ja, was ich alles hier benötige. So, und jetzt die Hauptzutaten, was natürlich auch benötigt wird. Ich zeige euch das mal im Ganzen. Ich hatte ein altes Garagentor. Das ist Rost. Der ist komplett durchgerostet gewesen. So ein Stück braucht er. Und hinterher sieht das Ganze so aus. Ihr nehmt einen Mörser oder mit dem Hammer. Ich habe das mit dem Hammer gemacht. Ihr macht euch so ein Rostpulver. Wirklich so fein, wie es geht. Aber spielt auch keine Rolle, wenn da ein paar grobe Stücke drin sind. Aber ihr macht euch genügend davon. Weil hinterher braucht er das Sieb. So, das ist auch ganz wichtig. So. Um das Ganze jetzt hier weiter zu machen. Nur heute werde ich nicht weitermachen. Heute haben wir Silvester. Ich mache das jetzt während den Tagen. Werden wir das weitermachen. Für euch ist das natürlich im Ganzen. Nur ich sage, ich bin ja ehrlicher drin. Ich höre gleich damit auf. Und ich gehe gleich hoch. Weil meine Frau sitzt oben alleine. Aber ich wollte heute damit anfangen. Ich habe euch ja versprochen, ein Rostationsvideo zu machen. Vielleicht kommt noch eins danach. Das werden wir dann sehen. So. Jetzt habt ihr hier die Schieblehre. Und deswegen ist das gut, eine elektronische zu haben. Jetzt könnt ihr gucken. Hier ist 0,0,0 auf Millimeter eingestellt. Jetzt messen wir erstmal hier den Durchmesser des Gesenks. Das Gesenk ist auf 6,6. So. Mein Rundstahl, den ich hier habe, ist auf 6,60. Also das heißt 0,45. Ne, 0,54 muss das runtergearbeitet werden. Dazu kann man jetzt das Schleifpapier nehmen. Hier habe ich meine Standbohrmaschine. Ihr könnt aber auch eine normale Bohrmaschine nehmen. Die müsst ihr dann, wenn ihr einen Schraubstock habt, einspannen. Dann kommt das rein. Oder ihr nehmt die Schraube. Wenn ihr die Schraube nehmt, dann nehmt ihr eine schöne Schrubbpfeile. Das muss nicht hinter schön aussehen. Nur sollte die Winde komplett runter sein. Und hinter ins Gesenk passen. Nur wir werden nachher, dadurch auch nicht hier zu viel. Ich muss im Gesenk ein wenig einbohren. So. Warum? Der Rundstahl, der sollte natürlich ein bisschen reingehen. Also ich sage jetzt mal, zumindest die Hälfte vom Gesenk hier. Da sollte der Rundstahl drin sein. Dass er hinter einen stabilen Sitz hat. Und dazu, wie gesagt, haben wir jetzt gemessen. Das ist 6,6. Wir werden nachher einen 6er Bohrer nehmen. Und werden... Brauche ich einen 6er? Oder brauche ich da ein bisschen mehr? 6,6. Ich glaube, einen 6,5er brauche ich dann. Wenn das schon 6,1 ist. Oder ein 6,2er. Ja. Ja. 6,1 ist es. Oder? 6,06. Ja. 6,06. Ja. 6,06. Wenn ihr noch habt, wo ihr vernünftige Schutzbacken drin habt. Ich habe hier solche Magnetfüllschutzkappen drin. Und damit spanne ich den jetzt mal ein. Und werde es bohren. Dabei werdet ihr jetzt bei bleiben. Und... Ja. Danach werden wir mal gucken, ob ich vielleicht das noch heute anpassen werde. Ein bisschen. So, dass ihr das mal seht. Und den Rest machen wir dann nicht da. Also, dann bis gleich. Es geht wieder der schnelle Vortauf. Ne? Also, bis gleich. So. Ich habe es jetzt etwas aufgebohrt. Jetzt ist das eine gerade Bohrung. Jetzt werden wir nochmal gerade schauen, wo wir unser... Ja. Hier haben wir was. Ob das schon reinpasst. So. Wollen wir mal gucken. Nein. Passt noch nicht rein. Aber ich glaube, diesmal ist es tief genug. Es ist tief genug, dass ich nachher das zum Halten bekomme. Ja. So. Jetzt werden wir das Ganze nochmal abputzen. Und hinterher... Heute... Heute werden wir nicht mehr weitermachen. Aber... Ich werde jetzt nochmal kurz hier wechseln auf... Ähm... Und dann werden wir das ein bisschen anpassen. Nur ein bisschen, um zu gucken, ob ich das schon rein kriege gleich. Und wenn ich es dann da rein bekomme, ist für heute erstmal das Video vorbei. Dann machen wir auf Stopp. Und... Dann werde ich vielleicht eventuell morgen auch am Neujahrstag weitermachen. Dementsprechend, wenn meine Frau sagt, ja... Kommt hier runter. Mach. Ansonsten muss ich einen anderen Tag nehmen. Könnt ihr wohl verstehen, dass die Frau... Äh... Ja auch mal... Gerne... Ich sag mal... Mit mir... Zeit verbringen. Obwohl... Jetzt werden andere lachen, wie mit dir Zeit verbringen. Und ja, das würden ja... Aber... Je nach. Ich kann sie ja nicht alleine oben sitzen lassen. So, jetzt werden wir das Ganze einspannen. Ihr könnt das, wenn ihr jetzt nicht so eine Standbohrmaschine habt, auch in eine Handbohrmaschine mal. Die müssen wir dann aber einspannen. Am besten im Schraubstock. Und dann geht das schon. So, jetzt nehmen wir mal hier ein bisschen Schmuggel. So, wir ziehen das Ganze mal raus. So... Ein bisschen reicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr braucht eine Schere. Man kann das auch abreißen, aber ich bin da nicht für. Weil dann hat man immer so Ecken in dem Papier. So, ein kleines Stück. Das reicht schon ganz. So, ihr seht das. So, passt das drum. Ja, passt drum. So, wir fangen an. Und das geht wieder in Schnelldurchlauf. Bis gleich. Okay, wir werden mal jetzt die Schrubbfeile nehmen. Es ist also doch zu dick, um mit dem Schleifpapier zu arbeiten. So, wir haben jetzt die Größe erreicht, wo es stramm reingeht. So soll es auch sein. Es muss hinter fest drin sitzen. Und wir längen das gleich noch auf eine bestimmte Größe ab. So, wichtig ist zu wissen, die meisten dieser Art Lilien Schlüssel haben den Bart, wenn die Lilie flach auf liegt, unten. So, wir dürfen jetzt keinen zu großen Bart, aber auch keinen zu klein. Die Reiter an sich. Ach, die Reiter an sich. Der halben an sich darf auch nicht zu lang sein. Also, ich denke mir mal, wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen abschleifen. Aber das schleife ich jetzt gleich alleine ab, ohne euch. Und hinterher passen wir diesen Bart an. Das heißt, wir müssen die richtige Größe haben. Aber dafür machen wir uns hin, der dafür ist das Treppband war. Dann packen wir das ein und zeichnen uns den Bart auf, so wie er uns gefällt. Aber gibt acht. Macht nicht einen modernen Bart. Schaut im Internet nach, wie die römischen Bärte in etwa ausgesehen haben. Macht nicht zu extrem, ich sag mal, aufwendig. Desto aufwendiger, desto schwerer ist hinterher, das Ganze, ich sag mal, so nachzupatinieren. Damit eben den Rost zu setzen, dass das hinterher auch dann wie original ausschaut. Okay. Wir sehen uns spätestens morgen oder übermorgen wieder. Jetzt habe ich erstmal Feierabend. Ich gehe hoch mit meiner Frau Silvester feiern. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Morgen zusammen. So. Wir haben jetzt heute den 01.01.2023. An dieser Stelle, ich wünsche euch allen ein frohes, vor allem gesundes und erfolgreiches Jahr 23. Und mögen eure Wünsche für das Jahr 23 auch in Erfüllung gehen. Und habt immer einen guten Fund unter der Spule. So. Gestern haben wir ja aufgehört mit dem Halm. Den Halm, den habe ich jetzt auf Maß gebracht. Das heißt also auf den Durchmesser vom Gesenk. Hier vorne ist das Gesenk. Der Halm, der kommt in das Gesenk. Und ja. Der Halm, der sollte, wenn er ins Gesenk eingeführt ist, so wie jetzt hier. So wie jetzt hier. Ein bisschen Spiel müsste er haben. Das erkläre ich auch, dass er das hinterher schön anpassen könnte. Sollte nicht mehr als die Hälfte des Griffes hinten haben. Also wenn er zu lang ist, ist es vom optischen her nicht mehr schön. Und sollte also maximal die Hälfte haben. Also das heißt, mein Griff, Schlüsselgriff hinten ist ca. 6 cm und oder ist 6 cm. Und der Halm im eingeschobenen Zustand jetzt hier 3 cm. So. Wenn ihr den jetzt auf Länge und auf Durchmesser gebracht habt. Entweder mit einer Standbohrmaschine, Schleifpapier und Pfeile dran halten. Oder mit einer normalen Bohrmaschine, die ihr euch in den Schraubstock einspannen könnt. Oder wie auch immer befestigt irgendwo. Bringt den auf Länge. Und dann nehmt ihr euch ein, ja, ihr könnt euch Metallplättchen nehmen. Oder ihr macht das euch aus einer ganz großen Unterlegscheibe. Schneidet euch, sägt euch ein kleines Viereck aus. Was aber auch nicht zu groß und nicht zu klein sein darf für den Bart. Es sollte auch nicht zu dick sein. Aber es sollte mindestens, sag ich mal, zweieinhalb bis drei Millimeter dick sein. Weil sonst sieht der Bart hinterher auch kitschig aus, wenn er zu dünn ist. So. Dann macht ihr euch schön das Ganze rechtwinklig. Dazu habt ihr ja dann den Anschlagswinkel, den ich euch zu Anfang gesagt habe, was ihr für Material eben braucht. Und zeichnet euch, ne. Dann klebt ihr euch das Teserkrepp einmal drum rum. Da könnt ihr besser drauf anzeichnen. Natürlich, wenn ihr eine Reißnadel habt. Ähm, da könnt ihr das mit der Reißnadel anreißen. Wie ihr sagt, ich mach das jetzt so, dass es jeder nachmachen kann. Ich kann es natürlich noch viel, viel besser machen. Ich hab hier eine Drehbank. Ich hab hier eine Fräse. Ich könnte alles machen, so wie ich möchte. Aber, wie ihr sagt, ich muss es ja so machen, so dass es jeder von euch nachmachen kann. So. Dann zeichnet ihr euch einen Bart an, der einem römischen Bartstil entspricht. Also nicht einen zu modernen, aber auch nicht irgendein Kitsching. Ich sag mal so ein, ja ich sag mal, ich sag mal, wenn man sich das anguckt, nie eine Funktion gehabt hätte. Er sollte schon so sein, dass ihr das einfach machen könnt und mit wenig Aufwand realisieren könnt. So. Und dann, wenn ihr wisst, wie der Bart aussieht oder wie ihr ihn haben wollt, geht ihr hinterher wieder an den Halm, weil der Halm rund ist. Dann müsst ihr da, wo der Bart angesetzt wird, mit einer kleinen Pfeile die Rundung wegmachen. So, dass ihr praktischerweise eine gerade Ebene habt. Und dann erkläre ich euch hinterher, warum die Ebene sein muss. Und warum auch hinterher an dem Bart eine glatte Ebene sein muss. So. Aber wir fangen jetzt erstmal an, um den Bart uns auszusägen. So. Ich hab schon ein wenig vorgearbeitet. Hier ist mein Bart. Da, wo die hellen Flächen sind, das sind die Aussparungen. So. Und wie gesagt, ich fange jetzt an. Ich hab hier mir meinen Schraubstock eingespannt, weil ich hab hier keinen festen Schraubstock an meinem Tisch. Weil mein Arbeitsplatz ist ziemlich klein hier. Den muss ich immer wieder versetzen. So. Und wenn ich das mache, seid ihr wieder mit dabei. Aber das ganze wieder aufs schnell läuft. Also aufs schnell läuft. Ne. Alles klar. Dann bis gleich und tschaut zu. So. Die Feinarbeiten habe ich jetzt abgeschlossen. Es wäre ja blöd gewesen, wenn ihr jetzt, wenn ich mit der Schlüssel feile, die Zacken ausfeile und auch die Rillen. So. Jetzt habe ich den soweit fertig. Also macht die Zacken etwas gröber. Macht sie auch nicht zu genau, weil so ein römischer Schlüssel ist ja per Hand gemacht worden. Maschinell. Dann habe ich hier noch zwei Nuten eingearbeitet, dass der Bart oder die Bartzacken besser zur Geltung kommen. Ja. Versucht ein bisschen rechtwinklig zu bleiben. Das heißt also auch nicht zu übertrieben, weil wie gesagt, wenn da hinterher die Rostpatina dran kommt, soll ja wirklich authentisch wirken. Sonst sieht das ganze nicht gut aus. So. Jetzt habe ich hier. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Kann man das so sehen. Ich muss mal gucken. Dann jetzt so halte ihr wie eine, ich sag mal eine Plattform reingearbeitet. Das ist dafür da. Das hatte ich gestern euch zu vergessen. Ihr braucht natürlich auch Flussmittel. Und wenn ihr habt, so, ich sag mal so ein Gasbrenner. Ansonsten könnt ihr das auch hinterher mit dem Lötkolben machen. Jetzt werden wir erstmal die Teile schön entfetten. Dafür nimmt er meinen Silberreiniger. Wartet mal. Ich muss mal gucken, wo habe ich meinen. Okay. Ich muss nochmal ganz kurz Stop stellen, weil ich meinen noch holen muss. Alles klar. Ein Moment. Ich habe den nämlich oben stehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe hier meinen Silberreiniger. Jetzt tue ich die Teile erstmal einlegen. So. Zwei Sekunden. Drin lassen. Rausholen. Einen Lappen nehmen. Der hoffentlich fettfrei ist. Das Ganze schön abreiben. So. Jetzt spannen wir das Ganze hier in den Schraubstock. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja. Wieder ein. Was sollen sie mit warmen Fingerchen? Hier nicht haben wollt. So. Dann nehmen wir hier das Flussmittel. Streichen die Stelle ein. Weil wir hinterher natürlich die Stelle löten wollen. So. So. Erstmal gut rühren. Das Zeug ist schon ziemlich alt meins. Ach du Schande ey. Aber ich hoffe, dass es noch damit funktioniert. So. So. Gut einstreichen. Und jetzt einbrennen. So. Bis das ein bisschen Blasen schlägt. Ich habe schon kein Gas mehr drin. Das ist schon ziemlich hier in die Flamme. Aber es sollte reichen. So. Das Ganze ist jetzt wieder auf Schnellvorlauf. So. Jetzt vereinen wir den Schlüsselbad mit dem Halm. Alles wieder auf Schnellvorlauf. So. Ich bin damit fertig. Ich habe jetzt allen Überschuss an Zinn weggeschliffen. Das ist auch sehr wichtig jetzt. Bei dem nächsten Vorgang. Viele werden jetzt sagen, die von euch Schlosser sind oder überhaupt schon mal sowas gemacht haben. Okay. Wir müssen jetzt das Metall erstmal schwärzen. So. Schwärzen kann man es mit Kalkbrunierung. Aber die wird keiner zu Hause haben. Ja. Ob jetzt auch jeder mein Silbereiniger zu Hause hat. Und auch ich sag mal überhaupt mein Restaurationsset zu Hause hat. Weiß ich nicht. Aber ich zeige es euch. Weil viele haben eben mein Restaurationsset. Zwar nicht alle. Aber die es haben, können jetzt diesen Vorgang mitmachen. Wir nehmen jetzt unsere Silberpatina. und werden diesen Eisenschlüssel dort drin einlegen. Dann wird er schwarz. Dann reiben wir den ab. Und das ist deswegen, weil wenn wir hinter die Rostpatina aufbringen. Und die müssen wir ja auch schleifen, dass dahinter kein Silber mehr durchkommt. Oder wir müssen dann extrem dick auftragen die Eisenpatina. Und zu dick würde ich es nicht machen. Wir müssen zwar ein bisschen auftragen, aber zu dick nicht. Aber bevor wir die auftragen, hinter die Eisenpatina müssen wir vor den Halm ins Gesenk einlassen. Das machen wir dann mit Sekundenkleber. Den können wir natürlich nicht da drin einlöten. Weil man könnte schon nur mit der Flamme an eine Patina dran gehen. Die könnte brechen. Also wenn wir das hinter mit Sekundenkleber machen. Ich werde das jetzt wieder auf schnellen Vorlauf machen. Und euch danach wieder etwas dazu sagen. So. Ich werde jetzt erstmal. Ich hoffe, dass das man sehen kann. Noch ein bisschen runter. Wird auch schön untermalt mit Musik wieder. Ich hoffe, dass ich da was habe. Ja. Ach. Noch vorab. Wer bis jetzt dabei geblieben ist. Dem danke ich. Und es wäre schön, wenn ihr mich auch für die neuen abonnieren würdet. Setzt die Glocke. Dann habt ihr immer die neuesten Video von mir. Kriegt ihr direkt mitgeteilt. Und ja. Lasst mir einen Daumen da. Das wäre für mich toll. desto schneller werde ich bekannt. Auch bei anderen Leuten. Und ab 10.000 Abonnenten. Denke ich mir mal. Werde ich vielleicht wieder eine Verlosung machen. Mal gucken. Dann muss man mit Jochen sprechen. Vielleicht hat er was für euch. Eine Kleinigkeit. Aber ansonsten denke ich mir. Werde ich ab der 10.000er Marke im nächsten Jahr. Oder viel mehr in diesem Jahr. Wir sind ja schon im Jahr 23. Wenn der Goldacker von mir frei ist. Dann nehme ich euch mit zu einer. Ja. Ich sag jetzt mal. Zu einer Goldsuche. Ob ich da jetzt was finde. Das ist jetzt. Sei dahingestellt. Aber es kam schon viel da. Okay. Ihr seid wieder mit dabei. Ab jetzt. Schnell durch. So. Da bin ich wieder. So. Er ist jetzt ein bisschen. Wie brüniert. Kann man sagen. Er ist jetzt ein dunkler gemacht. Lattelle ist weg. So könnt ihr auch eure Eisenteile machen. Also. Die Silberpatina funktioniert auch auf Eisen. Ihr seht es ja hier gerade. So. Jetzt gucken wir uns mal. Das mit dem Schlüssel an. Ob ich das auch gut gemacht habe. Ich denke schon. Und jetzt müssen wir den natürlich so. Verkleben. So. Ich nehme euch wieder mit runter. Und das ganze Verkleben ist auch wieder im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So. Und jetzt. Und jetzt. Tun wir ihn ganz dünn mit. Mit. Mit der Eisenpatina. Patinieren. So. Ich lege das Ganze mal rüber. Jetzt braucht ihr die Handschuhe. Sonst gibt es schmutzige Finger. So. Ein Stück Papier. Wo ihr das dann da drüber machen könnt. Die Eisenpatina. Dann braucht ihr. Das Siebchen. Wo wir sind jetzt da. Dann. Schell. Siehst du mich. Ich sehe dich nämlich nicht. Habe jetzt irgendwo hingelegt. Wo ich jetzt nicht wieder finde. Oh ja. Das bin ich dann wieder. Okay. Ich muss glaube ich mal. Ah ne. Hier ist es. gut. Ich dachte ich hätte es schon weggeräumt. Hier haben wir. Wir füllen das schon mal ein. So. Und jetzt bestreichen wir den Schlüssel. Aber ganz dünn. Denkt dran. Nicht zu dick. So. Es ist soweit vollbracht. Hier könnt ihr sehen. So sieht das Ganze dann aus. Also es ist richtig schön dick. So wie es auch sein sollte. Dass man das Ganze auch abkauft. Hier nochmal der Beweis. Wenn es mal einer von euren Freunden überprüfen will. Könnt ihr die ja poppen. Also es ist magnetisch. Wie gesagt. Ihr könnt das natürlich aus Holz. Kunststoff. Wie auch wenn wir 3D Drucker. Könnt ihr alles nach. Aber wenn das wirklich so authentisch nacharbeiten wollt. Wie es auch wirklich ist. Ist es so die beste Möglichkeit. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Ich mache es so ein bisschen warm. Ich nehme meinen Resortionswachs. Und ja. Pinsel das Ganze ein. Danach wird es abpoliert. Erstmal. Ja. Circa eine Stunde trocknen lassen. Und dann hole ich euch wieder mit dazu. Das Ganze ist jetzt erstmal im Schnelldurchgang mit dem Wachs. Und dann hole ich euch beim Polieren dazu. Und dann kommt die Erdmoderation. Also bis gleich. So. Das Ganze lassen wir jetzt eine Stunde trocknen. Und dann hole ich euch zum Polieren wieder mit dazu. Und danach wird die Erdmoderation immer. Also bis gleich. So. Da bin ich wieder. Der Schlüssel ist getrocknet. Jetzt macht einen Fehler nicht. Nimmt eine Bohrmaschine. Oder ich sag mal. Einen Drehmel mit einem Polieraufsatz drauf. Sonst. Wenn er da mit drüber geht. Dann glänzt das zu sehr. Und das soll ja nicht zu sehr glänzen. Das soll ja so aussehen. Als wenn ihr den Schlüssel gefunden habt. Das ganze Teil rausgearbeitet habt. Dann nimmt er versiegelt. Und fertig. Nimmt so eine. So eine. Äh. Zahnbürste. Geht mal leicht drüber. So. Der Wachs ist ja auch eingezogen. In dem Ganzen. Richtig gut. Das reicht schon. So. Könnt ihr mal gucken. Ja. So. Also. Er ist richtig gut gemacht. Also. So. Könnt ihr das euren Freund verkaufen. Als. Kompletten Schlüssel. Also. Verkaufen heißt. Nicht verkaufen. Im Sinne. Ihr veräußert. Das. Das heißt. Ihr könnt. Im April verarschen. Oder wäre auch schon vorher. Wie auch immer. Wie ihr wollt. Ja. Ich habe euch ja zu Anfangs gesagt. Was ihr alle dazu braucht. Ihr habt ja das Video gesehen. Und. Ja. Wenn ihr das nachmachen wollt. Jetzt wisst ihr. Wie es geht. Man kann es natürlich auch noch. In Bonn zu machen. Also mit Bonn. Man kann es auch noch viel schöner machen. Aber ich habe es jetzt. Auf dem einfachsten Wege. Für euch gemacht. Dass es fast. Jeder. Jeder. Der eine Bohrmaschine hat. Und. Ja. Ein bisschen handseitig sich schickt. Das nachmachen kann. Mit den einfachsten Mitteln. Wie gesagt. Man kann sowas dann. Machen. Okay. Es werden natürlich auch welche drunter gehen. Ja. Wie kann man sowas machen. Ja gut. Das muss jeder selber wissen. Letztendlich. Was er mit seinem Fund macht. Ob er das macht. Oder nicht macht. Man kann ihn auch so belassen. Wie er ist. Ich habe auch. Äh. Solche. Ähm. Lilienköpfe. Einzelne Vitrine liegen. Aber auch. Ich sag jetzt mal. Als kompletten Schlüssel. Und das macht er natürlich. Von der Optik her. Natürlich viel mehr. Als wenn er nur so. Äh. Die Handhabe da liegen hat. Ja. Ich bedanke mich erstmal bei euch allen. Dass ihr bis jetzt. Äh. Zugeschaut habt. Wer mich noch nicht abonniert hat. Aber abonniert mich. Das kostet euch nichts. Liked das Video. Liked die anderen Videos. Schaut euch auch alle meine anderen Videos an. Äh. Erzählt euren Freunden. Teilt es in Gruppen. Was weiß ich wo. Überall. Desto mehr. Abonnenten ich habe. Desto besser ist es. Letztendlich für mich. Äh. Und. Ja. Ich komme ein bisschen weiter damit. Ja. Dann möchte ich mich nochmal zum Schluss. Bei meinem Sponsor. Beim Jochen Reifenrad. Von www.abenteuer-schatzsuche.de bedanken. Dass der Jochen immer tatkräftig an meiner Seite ist. Ja. An alle da draußen. Ich hoffe. Wie gesagt. Es hat euch gefallen. Und mal schauen. Vielleicht machen wir auch. In dieser Richtung. weiter. Mit anderen Videos. Oder dann kommen wieder Reinigungsvideos. Mal gucken. So wie ich Zeit habe. Ihr seht ja selber. Das ist aufwändig. Das muss immer gestoppt werden. Man muss unterbrechen. Wie gesagt. Das ist auch nicht. Von jetzt auf gleich. Das habe ich jetzt wirklich. Für euch. Auf die Schnelle gemacht. Hab mit meiner Frau. Die ist jetzt schon wieder am Tobe nach oben. Weil ich wieder im Keller bin. Statt bei ihr. Ja. Am Neujahrstag. Aber wie gesagt. Ist eben halt so. Was man machen möchte. Ja. Okay. Genug der Worte. Habt eine gute Zeit. Findet richtig tolle Sachen. Das wünsche ich euch. Ja. Restauriert. Schön. Wie gesagt. Ihr kennt ja meine Produkte. Das Reinigungsset. Weil ich habe in dem Sinne. Das Reinigungsset. Das Reinigungsset. Das Reinigungsset. Vielmehr. Das ist das Restaurationswachs. Die Silberpatina. Und. Ähm. Der Silberreiniger. Und ihr seht ja. Die Silberpatina. Kann man für mehrere Materialien. Einsetzen. Für Eisen. Für Aluminium. Für alles. Aber. Hauptsächlich für Silber. Man kann alles gut. Damit nachpatinieren. Oder ich sag mal. Ein bisschen angleichen. Patinieren. Kann man ja. So. Das Wachs ist. Top für Bronze. Also. Ich. 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 Lobe mich ja nicht. Gerne. Selber. Aber. Es gibt nichts besseres. Was man da auf dem Markt findet. Das ist hochwertig. Das benutzt. Auch. Das Museum. Und auch. Viele. Viele. Restauratoren. In Deutschland. Und in Europa. Das Wachs. Also. Wirklich. Die Rezeptur dazu. Hat. Eine Firma. Und. Die stellen das her. In größeren. Gebinden. Und. Verkauft. Natürlich. An das Museum. Ich habe. Kleinere. Gewinde. Und. Stelle. Dann. Natürlich. Auf. Eine andere. Als. Wie. Die. Das machen. Jetzt. Dass. Ihr. Einfach. Habt. Zum. Verarbeiten. Mit. Lösungsmitteln. Ja. Die. Silber. Partina. Auch. Eine eigene. Rezeptur. Genauso. Wie. Mein. Silberreiniger. Und. Wirklich. Sagen. Ich. Vielen. Und. Also. Nix. Bessere. Was. Funktioniert. Das. Anbieten. Ja. Dann. Habe. Ich. Angebot. Ein. Eisenwachs. Mieko. Kostrainis. Eisenwachs. Und. Da. Topfpunkt. 90 Grad. Um. Die 90 Grad. Und. Das. Wird. Nebte aus. Was. Seinesgleichen. Es. Wird. Na. Wörter. Genug. Werbung. für mich im eigenen sinne gemacht ja so dann habt eine gute zeit wir sehen uns beim nächsten video